Bestens vernetzt. Das Gepäckraumtrennnetz garantiert sicheren Transport. Sie können das Netz auf zwei Arten anbringen. Mit aufrechten Rückenlehnen oder wenn sie umgeklappt sind. Entfernen Sie die Gepäckraumabdeckung und verstauen Sie sie im Ablagefach unter dem Gepäckraumboden. Nun klappen Sie die hinteren Abdeckkappen am Dachrahmen auf, bis Sie einrasten. Die beiden oberen Befestigungsstifte des Netzes führen Sie dann so weit wie möglich in die Halterung ein und drücken sanft nach. Befestigen Sie das Gepäcknetz mit den beiden oberen Haken an den zwei Ösen der Rückenlehne. Öffnen Sie die vorderen Abdeckkappen und machen dann das Netz auf dieselbe Weise fest. Fast geschafft! Aber jetzt befestigen Sie die beiden unteren Haken an der Rückenlehne. Das geht leichter, wenn Sie die Rückenlehne etwas anheben. Perfekte Netzabdeckung! Folgen Sie auch weiterhin unserer How-To-Serie, um das Beste aus Ihrem BMW herauszuholen. über die Rückenlehne etwas Eithers durch high validity oder Abende Beste aus Ihrem BMW Auto biehre und vorles Middessen sind auf den ent um Dach choih ihm ein Rückenlehne etwas aneben. Vielen Dank.